Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu Teil 1 meines Jahresrückblicks auf 2021. Heute geht es um die schlechtesten Bücher, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe. Dann kommt noch ein Video zu den besten Büchern, aber ich dachte mir, wir wollen die ganzen negativen Gedanken einfach zuerst loswerden. Ich mache das ja immer so, dass ich am Ende des Jahres bzw. am Anfang des Jahres zurückblicke auf das vergangene Jahr und nochmal Revue passieren lasse, welche Bücher mir gut gefallen haben und welche halt nicht so gut. Heute geht es, wie gesagt, um die Bücher, die mir wirklich nicht so gut gefallen haben. Macht euch also gefasst auf ein Video voll mit Kritik, subjektiven Meinungen, ganz, ganz wichtig, und Hate. Also nur weil ich diese Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, nicht gut fand, heißt es ja nicht, dass meine Meinung das Nonplusultra ist. Es gibt unterschiedliche Geschmäcker und diese Bücher hier haben einfach meinen Geschmack vielleicht nicht getroffen, das ist alles. Ich finde aber einfach, dass es zu einer vollständigen Berichterstattung meines Lesegeschmacks dazu gehört, auch über die Bücher zu sprechen, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben, weil das halt auch Rückschlüsse ermöglicht darauf, ob unsere Geschmäcker kompatibel sind und ob ihr meinen Buchempfehlungen trauen könnt. Also nehmt es mir bitte nicht krumm, ich möchte nicht respektlos sein gegenüber irgendeinem Autor oder gegenüber irgendeiner Autorin. Ich möchte einfach heute mal ein bisschen lästern. Aber nehmt es bitte immer mit einer kleinen Prise Humor und einer kleinen Prise Satire. Wenn ihr 2021 die Aktivitäten von mir in den Social Media verfolgt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, welche Bücher ich euch jetzt zeige. Wenn ihr gerade dieses Video guckt, dann schreibt doch mal unten einen Kommentar, was ihr vermutet, was jetzt in diesem Video erzählt wird. Und vor allen Dingen, welcher Autor nicht gut dabei wegkommt. So, ihr habt jetzt kurz Zeit, diesen Kommentar unten zu verfassen. Und tatsächlich ist es das erste Mal in dieser Art von Videos, wo ich Jahresrückblicke mache, dass der gleiche Autor für zwei meiner absoluten Jahresflops verantwortlich ist. Und man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, es ist eigentlich einer meiner Lieblingsautoren. Aber 2021 hat er mich wirklich einfach nur genervt. Die Rede ist von Sebastian Fitzek, der mit beiden Büchern, die er 2021 rausgebracht hat, bei mir auf taube Ohren gestoßen ist. Beziehungsweise bei mir einfach nicht an der richtigen Adresse war. Also, seine beiden Bücher waren wirklich komplette Totalausfälle. Man kann es nicht anders sagen. Das erste Buch von ihm, das ich 2021 gelesen habe, war Der erste letzte Tag. Das ist, wie auf dem Cover schon steht, kein Thriller. Und ist im März erschienen, gerade als wir immer noch alle im Lockdown waren quasi, wo wir gerade so ein bisschen den Hoffnungsschimmer hatten, dass es im Sommer irgendwie besser wird mit der ganzen Corona-Situation. Wie dem auch sei, Sebastian Fitzek hat dieses Buch hier veröffentlicht, weil er mal etwas Neues wagen wollte. Das finde ich ja wirklich auch richtig, richtig gut. Die Thriller von Sebastian Fitzek sind sonst wirklich sehr nach Schema F geschrieben. Sehr unterhaltsame Schemen Fs, muss man dazu sagen. Aber eben Schema F. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass er sich was Neues traut, dass der Verlag sich was Neues traut, auch wenn man natürlich sagen muss, wenn Sebastian Fitzek draufsteht, dann kann er auch Porno schreiben und die Leute kaufen es trotzdem. Dementsprechend ist der Verlag jetzt damit kein großes Wagnis eingegangen. Trotzdem finde ich es cool, dass sie mal so außerhalb der Reihe keinen Thriller von ihm veröffentlicht haben, sondern ein Selbstfindungs-Liebes-Komödie-Roman, könnte man sagen. Das ist nämlich der erste letzte Tag. Dieses Buch soll eine Tragik-Komödie sein, denn es geht um unsere beiden ProtagonistInnen, die einen Tag so erleben, als wäre es ihr letzter. Also sie gehen Risiken ein, sie machen verrückte Dinge und ja, sie scheren sich einfach in feuchten Dreck um das, was andere sagen, um Konsequenzen, um Verantwortung, sondern sie leben so, als würde die Welt bald untergehen. Alles an diesem Buch zeigt, was Sebastian Fitzek nicht kann. Die Charaktere waren unfassbar flach und Stereotyp. Die Situationen, in die sie gebracht wurden, waren nicht sonderlich kreativ. Die Handlung war im Endeffekt einfach ein Flickenteppich aus verschiedenen Situationen. Ich habe so ein bisschen den roten Faden irgendwie vergeblich gesucht. Es kamen bei mir persönlich keinerlei Emotionen auf. Lag vielleicht daran, dass die Figuren so flach waren, aber ich finde halt gerade bei diesem Genre, wo es ans Herz gehen soll, da muss man einfach mehr reinstecken. Da kann man nicht nur an der Oberfläche kratzen. Da muss man einfach ein bisschen tiefer einsteigen. Und das hat, ich meine, dieses Buch hat auch nur 260 Seiten, aber das hat dieses Buch in 260 Seiten halt überhaupt nicht geschafft. Und das alles liegt für mich an dem einen Fakt, das Sebastian Fitzek hier von seinem Image und von seinem Stil nicht abgelassen hat, sondern das Buch war trotzdem im Stil seiner Thriller verfasst. Mega kurze Kapitel. Am Ende von jedem Kapitel ein Cliffhanger, wo man dann natürlich weiterlesen musste, aber der eben nicht dafür gesorgt hat, dass irgendwie eine organische Spannung aufkam, sondern eine total konstruierte. Immer, wenn man gerade drin war, immer, wenn man gerade mit dem Charakter warm geworden ist, ist man wieder rausgerissen worden, kam wieder eine neue Situation, kam eine neue Wendung und man hatte irgendwie gar keine Möglichkeit, so richtig einzutauchen. Ich habe also die ganze Zeit beim Lesen einfach gedacht, okay, hier ist ein Thriller-Autor, der als Marketing-Gag jetzt mal was anderes schreibt. So, das hatte ich einfach im Gefühl, weil halt die Marke Fitzek immer noch so krass präsent war in diesem Buch. Das wurde wiederum noch schlimmer, weil auf jeder zweiten Seite gefühlt stand, oh, diese Situation ist direkt wie aus einem Thriller. Oder da stand, oh, wäre das jetzt hier ein Thriller, würde jetzt ein Serienkiller um die Ecke kommen. Oder, oh, hier wäre jetzt eine Leiche in einem Thriller, aber das hier ist kein Thriller. Das ging das ganze Buch so und es hat einfach dieses Buch fast schon auf so eine Meta-Ebene gebracht und es hat mich unglaublich gestört und deswegen konnte ich dieses Buch nicht genießen. Die Handlung, die Grundidee, fand ich ja per se gut. In den Charakteren war auch Potenzial, aber hätte man dieses Buch anders geschrieben und hätte Sebastian Fitzek es vielleicht unter einem Pseudonym mit 200 Seiten mehr veröffentlicht, dann wäre das richtig gut geworden. Aber hier stand Sebastian Fitzek drauf und wir haben auch Sebastian Fitzek bekommen und wenn etwas kein Thriller ist, dann darf es halt auch nicht auf diese Thriller-Schiene gehen. Dann muss es einfach ganz deutlich von dem Thriller-Autoren Sebastian Fitzek Das kriegen andere AutorInnen ja auch hin. Also, niemand käme auf die Idee, bei Robert Galbraith zu merken, dass das J.K. Rowling ist. Aber wäre in der Reihe von Robert Galbraith auf jeder zweiten Seite die Rede von Harry Potter oder davon, dass das hier gerade nicht Hogwarts ist, dann verliert das halt irgendwie seine Glaubwürdigkeit. Und das ist bei diesem Buch hier leider passiert und deswegen war das für mich leider wirklich ein Flop und eigentlich kein vollwertiges Buch, kein vollwertiger Roman, sondern lediglich ein Marketing-Gag. Und apropos Marketing-Gag, offensichtlich lässt sich da ein Muster erkennen, denn mit dem anderen Buch von Sebastian Fitzek, Marketing-Gag 2.0, da war das noch viel, viel, viel offensichtlicher, dass dieses Buch nur geschrieben wurde für die Vermarktung und nicht für die Geschichte. Playlist ist wieder ein typischer Thriller von Sebastian Fitzek, wie er jeden Oktober auf den Markt kommt. Wie ein typischer Sebastian-Fitzek-Manier ist es super cool gestaltet, hat so eine Limited Edition, aber dieses Mal hat sich der Verlag und Sebastian Fitzek noch was viel, viel Cooleres ausgedacht und ich meine damit wirklich ganz unironisch, dass es cool ist, dass es eine coole Marketing-Idee war, nämlich zu diesem Buch auch ein Album aufnehmen zu lassen. Viele deutsche KünstlerInnen haben extra für dieses Buch Songs geschrieben, unter anderem Silbermond, Ray Garvey, Namika, all diese Pop-Deutsch-Pop-Chart-Größen irgendwie. Also schon beeindruckend, dass der Verlag es geschafft hat, diese Leute zu verpflichten. Sie haben ein Album aufgenommen, voll mit Songs und diese Songs, die extra für dieses Buch hier geschrieben wurden, haben auch eine Funktion in diesem Buch hier. Denn in diesem Buch geht es um ein Mädchen, das entführt wurde und das nun noch Zugriff auf eine Playlist hat, weil sie eine fast kaputte Smartwatch trägt und durch diese Playlist kann sie Nachrichten schicken und das macht sie mit Hilfe dieser Songs. Wenn ich die Handlung so zusammenfasse, klingt es ja wirklich spannend und die Grundidee fand ich auch wirklich, wirklich cool, aber die Handlung hat einfach überhaupt nicht funktioniert. und war einfach an den Haaren herbeigezogen, unlogisch, unkonstruiert. Ich möchte dazu gar nicht mehr so viel sagen, weil ich habe zum einen auf Instagram mein eigenes Lesetagebuch dazu gemacht, zum anderen gibt es ein Video, in dem ich euch erzähle, warum dieses Buch hier mich an den Rande des Alkoholismus getrieben hat. Dieses Video könnt ihr gerne hier oben nochmal angucken, ähm, da bekommt ihr die volle Ladung Hate, aber auch meiner Meinung nach begründete Kritik. Ich kann verstehen nach wie vor, wenn man dieses Buch hier mag. Ich fand es selbst total unterhaltsam, ich hatte irgendwie eine gute Zeit damit, aber es ist richtig, richtig krasser Trash und so krassen Trash gab es vorher von Sebastian Fitzek noch nicht. Ich wünsche mir sehnlichst, dass Sebastian Fitzek sich wieder auf seine Anfänge zurückbesinnt, dass man nicht diese riesigen Marketingstrategien fährt, die seine Bücher kaputt machen, weil er kann schreiben, er hat das in so vielen Büchern schon bewiesen, er ist der Meister der Unterhaltung, er ist der Meister der Spannung, nur ich möchte so ein bisschen Realismus, ich möchte so ein bisschen Literatur und nicht Trash-TV, weil ich bin zwar ein großer Trash-TV-Fan und ich werde auch bald über den Dschungel berichten und das zwei Wochen lang abfeiern, aber ich möchte das in meiner Literatur irgendwie nicht haben. Also bitte, lieber Herr Fitzek, bitte, bitte wieder vernünftige Bücher schreiben, wie früher und ich meine, der Verlag muss ja auch keine riesigen Marketingstrategien mehr fahren, weil die Bücher verkaufen sich halt einfach. Das hat ja im Endeffekt der erste letzte Tag gezeigt. Das wurde ein Bestseller, auch wenn es kein Thriller ist, einfach nur weil Fitzek drauf stand, hat es jeder gekauft. Und das wird auch jeder tun, wenn es zur Abwechslung mal gut ist. So, genug geredet über Sebastian Fitzek, vermutlich werde ich nächstes Jahr sein nächstes Buch einfach auch wieder lesen, einfach weil ich immer noch ein Fitzek-Fan bin, aber 2021 hat sich auch so ein bisschen gefühlt, als würden wir so langsam Schluss machen. Ich muss das mal weiter beobachten, ob er mich immer noch betrügt mit anderen und ob er sein Verhalten vielleicht ändert. Dann muss ich auf jeden Fall unsere Beziehung leider beenden. Ansonsten bin ich gerne bereit, nochmal in eine Paartherapie zu gehen. So, ich habe aber noch ein paar andere Flops. Das sind allerdings Flops, die ich schon aussortiert habe. Das ist ja auch komisch übrigens, aber ich muss schon wieder zu Sebastian Fitzek zurück, ich rede die ganze Zeit über Fitzek. Ich kann diese Bücher nicht aussortieren, auch wenn ich sie richtig schlecht fand, weil ich einfach möchte, dass mein Sebastian-Fitzek-Regal vollständig bleibt. So, aber die Bücher, die ich euch jetzt noch zeige, die habe ich schon aussortiert, weil ich sie wirklich so schlecht fand, dass ich sie nicht in meinem Regal stehen haben muss und teilweise habe ich sie sogar abgebrochen. Zunächst einmal ist das ein Buch, das mir von der lieben Paddy, meine Kingsianer-Kollegin und meine Booktube-Kollegin empfohlen wurde, nämlich das Seidenraupenzimmer. Das Seidenraupenzimmer war ein Mindfuck. Das Seidenraupenzimmer war eine Achterbahnfahrt und es war tatsächlich anfangs gar nicht mal so schlecht. Also ich fand es irgendwie interessant. Es hat so eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da abgeht. Man weiß nur, dass irgendwas Komisches abgeht, sagen wir mal so. Ich muss tatsächlich jetzt live, während ich dieses Video drehe, nochmal googeln, worum es eigentlich ging, weil ich nicht mehr genau weiß, was eigentlich Kern der Handlung war. Weil ich habe nur noch im Kopf irgendwie sich selbst beim Sex gegenseitig aufessende Protagonisten. Es geht um Natsuki und um ihren Cousin. Soweit ich weiß, ist bei denen in der Kindheit irgendwas vorgefallen. Also die sind halt verwandt, wie gesagt, er ist ihr Cousin. und 20 Jahre später kehrt sie zurück in die Stadt aus ihrer Kindheit und mehr weiß ich nicht mehr. Das ist schon wirklich ganz schön krass. Dass ich aber nicht mehr von dieser Handlung weiß, das ist eigentlich Grund genug oder Beweis genug dafür, wie wenig dieses Buch mich abholen konnte. Ich konnte nicht mit den Charakteren connecten. Ich konnte nicht mit der Handlung connecten. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten zu greifen, worum es geht. Und dann steigert sich dieses Buch plötzlich im letzten Drittel zu so etwas Ekelhaften, zu etwas sowas von Absurdem, dass ich irgendwann angeekelt dieses Buch, glaube ich, sogar zugeschlagen habe und mir nur dachte, was lese ich hier und vor allen Dingen, was hat Paddy mir hier bitte empfohlen. Das war nicht mehr feierlich. Das war wirklich absolut nichts für mich. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, noch ein Buch von ihr zu lesen. Aber schreibt mir bitte unten in die Kommentare, ob die alle so abgedreht sind, wie das Seidenraubenzimmer. Weil dann lasse ich es einfach bleiben. Weil offensichtlich ist das not my cup of tea. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das ein übersetztes Buch aus dem Japanischen ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einfach extrem viel verloren geht in so einer Übersetzung, dass es vielleicht auch irgendwie schwierig ist für meine Lesegewohnheiten, weil die japanische Kultur durchaus eine andere ist. Aber eigentlich würde ich behaupten, dass das kein Kriterium für mich ist, weil ich bin immer sehr, sehr interessiert daran, andere Kulturen und Bücher aus anderen Ländern zu lesen. Und die Bücher von Haruki Murakami mag ich zum Beispiel auch gerne. Also, ja, ich bin ein bisschen ratlos, was dieses Buch mir vermitteln wollte. Ich bin ein bisschen angeekelt. Ich fand es einfach irgendwie nicht gut. Es war nicht meins. Und deswegen habe ich es dann auch ganz schnell aussortiert. Und last but not least habe ich noch einen weiteren Flop. Und da bin ich wirklich traurig, denn ich habe von diesem Buch wirklich Großes erwartet. Und zwar ist die Rede von Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Dieses Buch hat so eine interessante Grundidee. Es geht um unsere Protagonistin Nora. Dass ich überhaupt noch weiß, wie sie hieß, ist schon mal ein gutes Zeichen eigentlich für dieses Buch. Sie ist suizidgefährdet, stark depressiv. Und soweit ich weiß, begeht sie auch direkt am Anfang des Buches Selbstmord. Sie kommt dann aber in so eine Art Zwischenreich, in eine unendliche Bibliothek, in der sie all die Leben leben kann, die ihr verwehrt blieben. Beziehungsweise leben, wie sie aussehen würden, wenn sie früher mal andere Abzeihungen genommen hätte. Ich finde das total spannend. Ich finde, das hat so unfassbar viel Potenzial. Ich finde es auch total cool, dass endlich mal eine depressive, suizidgefährdete Person als Protagonistin in so einem Buch auftritt. Das gibt es viel zu wenig von der Repräsentanz her. Aber, jetzt kommen wir halt zum großen Aber. Ich fand die Darstellungen von Depressionen und die Message, die dieses Buch vermittelt hat, überhaupt nicht gut. Ich sehe völlig ein, dass Depressionen tausend verschiedene Gesichter hat. und dass auch jeder Mensch andere Formen von Depressionen hat. Und dass vermutlich auch Matt Haig, der Autor, der seine eigenen Erfahrungen damit gemacht hat, auch viel Recherche betrieben hat und nicht einfach nur irgendwas zusammengeschrieben hat. Das lasse ich mir alles eingehen. Aber irgendwie hat für mich die Story und die Charaktere und den Weg, den der Plot gegangen ist, überhaupt nicht zusammengepasst. überhaupt nicht zusammengepasst mit dem, was er eigentlich ausdrücken wollte. Das Buch ist unfassbar repetitiv. Es geht die ganze Zeit wieder gleich weiter. Nora nimmt ein neues Buch, lebt dieses Leben bis zu irgendeinem Punkt, wo es ihr nicht mehr gefällt und dann sagt sie, ja, ich möchte doch wieder zurück und nimmt wieder ein anderes. Und du weißt, jedes Mal, wenn sie ein Leben lebt, dass gleich eh wieder der Punkt kommt, wo sie unzufrieden wird und dann geht sie wieder zurück. Ich möchte nicht spoilern, wie es ausgeht. Das könnt ihr gerne selbst lesen, weil es ist schon irgendwie lesenswert. Aber für mich ist es irgendwie so rübergekommen, als wäre die Kernaussage dieses Buches Kopf hoch, das Leben ist gar nicht mal so schlimm. Stell dich nicht so an, wenn du depressiv bist. Es wird sowieso nicht besser. Nimm es einfach, wie es ist. Mecker nicht. Es kam bei mir irgendwie so rüber und es lag halt an der Kombination aus Charakteren, aus Motiven, aus allem irgendwie. Ich kann es nicht so richtig begründen. Es war einfach ein Gefühl, das ich während des Lesens hatte, ein Gefühl, das richtig unangenehm irgendwann war, weil ich mich irgendwann nur noch aufgeregt habe und einfach keine Lust mehr hatte. Also, ich weiß nicht. Diesen Monat kommt auch noch das Video raus zu den besten Büchern von 2021. Also auf keinen Fall verpassen, da gibt es dann Lobeshymnen anstatt von Hate. Schreibt mir gerne unten einen Kommentar, was eure Flops des Jahres waren und warum. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wir sehen uns dann spätestens beim Jahreshighlights-Video wieder. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.